Ein angespannter Moment. Es war nicht genug Flüssigkeit vorhanden, um abgelassen zu werden. Hallo, ich bin gerade vom Krankenhaus zurück, wo ich bei Duncan war. Duncan ist, wie ihr wisst, ein Hund, den wir letzte Woche gerettet haben. Ich habe ihn aus einem Teich gerettet. Seine Familie hat ihn dort ausgesetzt, damit er stirbt. Ein Hund, der wahrscheinlich sein ganzes Leben bei einer Familie verbracht hat. Und dann langsam, langsam wurden sie seiner überdrüssig und sie begannen, ihn zu vernachlässigen, bis zu dem Punkt, an dem er heute ist. In dem Moment, als ich ihn bekam, erkannte ich seltsame und besorgniserregende Symptome. Er hustete und konnte kaum atmen. Und das war nicht die Art von Husten und flacher Atmung, die typisch für Lungenprobleme ist. Das war ein Herzproblem. Also fuhr ich so schnell ich konnte ins Krankenhaus und wir begannen, an ihm zu arbeiten. Das erste, was wir machten, war ein Ultraschall. Und im Ultraschall bemerkten wir, dass er etwas Flüssigkeit im Herzen hatte. Es handelte sich um das, was man perikardiale Blutung nennt. Es schien ziemlich wenig zu sein. Also beschlossen wir zu warten, um ihn zu stabilisieren und bis Montag zu warten, um diese Flüssigkeit zu entleeren. Das war natürlich sehr besorgniserregend. Und es durfte dort nicht sein. Also haben wir das heute Morgen gemacht. Aber dann passierte etwas. Schaut mal. Ich werde ihn sedieren. Es wird ungefähr zehn Minuten dauern, bis die Sedierung wirkt. Überwältigen wir ihn nicht um Himmels Willen. Das war natürlich auch. Ich werde ihn neveren, bis die Zeit mit der Hausten zu machen. Ich werde ihn nicht um, bis die Zeit. Ich werde ihn nicht umgehen. Ich werde ihn nicht umgehen. Ich werde ihn nicht umgehen. Ein angespannter Moment. Das Herz muss sich zusammenziehen können. Das Injektionsvolumen fliesst durch die Aorta, die wichtigste Arterie des Körpers, die vom Herzen kommt und sauerstoffreiches Blut an den Rest der Organe verteilt und der Ventricle muss in der Lage sein, sich mit sauerstoffarmen Blut rechts und sauerstoffreichem Blut links zu fühlen. In diesem Fall fühlt es sich leider weder richtig noch, entleert es sich richtig. Also ist es die Flüssigkeit, die es daran hindert, richtig zu funktionieren? Ja, es ist ein Erguss. Erinnerst du dich an die Flüssigkeit, die er gestern hatte? Es besteht keine Notwendigkeit, sie zu entleeren. Die Flüssigkeit wurde reabsorbiert. Er hat immer noch ein bisschen, aber nicht wie gestern. Also wurde die Flüssigkeit reabsorbiert? Er hat nicht so viel wie gestern. Gestern haben wir ihm Enrofloxacin gegeben, falls es etwas Septisches war. Wir haben ihm kein entzündungshemmendes Medikament oder ähnliches gegeben. Ich werde es nicht entleeren, weil er es nicht braucht. Vorerst werden wir nicht entleeren. Musik Es gab nicht genug Flüssigkeit, um eine Entleerung zu rechtfertigen. Morgen wird er vom Kardiologen bewertet und wenn er entscheidet, dass ein CT notwendig ist, werden wir das machen. Da er nicht frisst, werden wir diese Gelegenheit nutzen, um eine Fütterungssonde einzusetzen. Es ist gut, dass im Echokardiogramm, das Andrea gemacht hat, nicht so viel Flüssigkeit ist, denn das Entleeren von Ergüssen ist kein risikofreies Verfahren. Jetzt werden wir ihn wieder unter Sauerstoff setzen. Wir haben gerade das Albumin kontrolliert. Es ist ein bisschen niedriger als gestern und die Anzahl der roten Blutkörperchen ist gefallen. Sein Hämatokrit ist von 34 Prozent auf 28 Prozent gefallen. Der Rest ist mehr oder weniger normal. Das ist auch gefallen? Ja, weil er nicht frisst. Morgen wird er vom Kardiologen gesehen und wir werden eine Fütterungssonde einsetzen. Es ist sehr seltsam. Heute Nachmittag werde ich ihn nicht sedieren, aber ich werde es noch einmal mit dem Ultraschall versuchen, um zu sehen, ob ich etwas erkennen kann. Also habt ihr es gesehen, im Ultraschall neulich sah es so aus, als ob es 10 bis 15 Millimeter Flüssigkeit gab und wir wollten sie heute ablassen. Also haben wir einmal stabilisiert, einen weiteren Ultraschall gemacht und die Flüssigkeit war weg. Jetzt verstehen Isidore und das Team nicht, was vor sich geht. Sie haben einige Ideen, aber sie können uns keinen genauen Grund dafür nennen, warum dies passiert ist, also haben wir beschlossen zu warten. Der Kardiologe wird in ein paar Stunden im Krankenhaus sein und wir werden mehr erfahren. Wir haben einen starken Verdacht, dass Duncan eine dilatative Kardiomyopathie hat, in welchem Fall, abgesehen von einer Herztransplantation, die offensichtlich für Hunde nicht existiert, nicht möglich ist, nicht machbar ist. Das Einzige, was wir tun können, ist, ihm Medikamente zu geben, ihn zu stabilisieren und im Grunde abzuwarten und zu sehen, wie lange dieses Herz hält. Der Kardiologe wird uns am Nachmittag gegen Abend noch einige Neuigkeiten und eine bessere und fundiertere Bestätigung geben. Also werde ich euch auf dem Laufenden halten. Leute, vielen Dank für eure Hilfe. Danke für die Liebe, die ihr Danken gezeigt habt. Er ist an einem guten Ort, umgeben von Menschen, die ihn in nur wenigen Tagen liebgewonnen haben. Und das ist es, was zählt. Danke, dass ihr hier seid. Danke für eure Unterstützung. Und ich hoffe, ich kann sehr, sehr bald gute Nachrichten überbringen. Vielen Dank. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Danke, dass die Rowsteine gut ist. Vielen Dank.